Herzlich Willkommen, hier ist Nils von Pure Sports. Heute habe ich zwei Helfer wieder mit dabei, einmal den Shakti und einmal Karin. Wenn ihr das Video zuvor noch nicht gesehen habt, dann guckt euch das auf jeden Fall an. Wir zeigen euch jetzt die nächsten vier Techniken von der Basis. Okay, starten. Dreht euch mal zueinander hin, rutscht ein bisschen auseinander. Shakti läuft Seite A mit mir zusammen, Karin bleibt erst also stehen und ist praktisch sein Ziel. Wenn ihr die Basis zum ersten Mal lauft, dann macht es genauso, dass euer Partner erst mal Abstand hält und ihr nicht gleich sofort miteinander trainiert, dass ihr euch nicht verletzt. Hände an die Seite, ja, Shakti, weil der ist immer so hinstellen. Genau. Und Hände zum Gesicht. Da, Karin steht. Knie vorne ist angewickelt und gesprungener Tritt. Schlag zum Gesicht. Zurückspringen und blocken. Auf den Faunenfuß umdrehen und mit den Händen vor dem Gesicht blocken, beziehungsweise auch mit dem Unterarm. So, jetzt kommen die nächsten vier Techniken, die wir in diesem Video euch zeigen werden. Seitend und Handend. Als nächstes Schritt nach hinten. Nie richtig, von hier Schritt nach hinten. So, und unten blocken. Schritt nach hinten. Oben blocken. Okay. Das war die Seite A. Dann geht, ich schalte noch ein Stückchen zurück. Als nächstes machen wir Seite B. Hände an die Seite. Hände zum Gesicht. Okay. Und dann, Kampfstelle. Jetzt werden wir getreten, gehen einen Schritt nach hinten und blocken unten. Bleiben zu spät, blocken oben. Seiltritt. Und Handweg. Jetzt. Schritt nach hinten. Und blocken. Also das ist jetzt die erste von den vier Bewegungen. Dann oben blocken. Und jetzt kommt der Geschwindel vorwärts. Schlag zum Gesicht. Okay. Sehr gut. Dann stellt euch mal voreinander hin. Und jetzt laufen Schakti und Karine das Ganze mal so zusammen vor. Also, Hände an die Seite. Hände zum Gesicht. Kampfstelle. Und los geht's. Und noch ein Schritt nach hinten. Sehr gut. Okay. Dann wieder voreinander hinstellen. Hände vor den Bauch. Und vorbocken. Okay. Das waren die nächsten vier Bewegungen. Dann, ja. Like und subscribe. Genau. Und abonnieren, like und comment von den Erfahraden haben. Sehr gut. So sieht's aus. Genau. Und die nächsten Videos freuen wir uns. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.